UNTERTITELUNG 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 Unser Land heißt Nilkamui. Es liegt auf einer Insel. Eines Tages begann ein gieriges altes Reich namens Koran uns anzugreifen und raubte uns ein Drittel unseres Landes. Unser Verbündeter, das östlich von uns gelegene Reich Donathia, verteidigte nur seine Militärbasen, die es auf unserem Gebiet hatte. Sonst schwieg es. In Windeseile wurde Nil Kamui zwischen den beiden Reichen aufgeteilt, zerlegt wie ein Opferlamm. Und auch unser Schutzgott, der Rote Drache, hat uns nicht beschützt. Im Jahr Koh 3015 im September. Unser Land gehört nicht mehr uns. Unser Land gehört nicht mehr. Unser Land gehört nicht mehr. Unser Land gehört nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017